Hi Pyro-Freunde und Metal! Heute im Test die Goldfontänen von Funke. Das ist ein Goldfontänen-Set... Ach was! Hi Pyro-Freunde und Metal! Ich bin mal wieder in Freakys Pyro-Keller und stelle euch heute die Goldfontänen von Funke vor. Das ist ein Fontänen-Set bestehend aus vier verschiedenen Goldfontänen. In Videos habe ich sie schon mal gesehen. Sie bieten einen sehr, sehr ebelen Effekt und eine schöne Ausbreitung. Ob das live auch wirklich so rüberkommt, wir werden es heute erfahren. Leute, zieht es euch rein! Ich habe euch die Daten wie immer hier oder hier oder da oder irgendwo eingeblendet. Ihr werdet es schon sehen. Genießt es, habt Spaß damit und Peace! So Freunde, die Funke Goldfontänen... Die Schirren, Birgit, rüberkommt. Oh, wow! Wow! Wow, richtig schön! Das ist ein richtig schönes Gold. Ja! Goldfontäne mit grünen Sternen. Schön! Gut, dann nehmen wir die. Da waren jetzt zwei Knaller dabei. Geil! Ja! Boah! Wow! Absolut geil! Wunderschön! So, was haben wir jetzt? Mit roten Sternen! Dann nehmen wir rot! Also, wenn wir das so gutucian können, Säge aus 청barten, dann nehmen wir die Korn. Daher war immer wieder so schön. Dann nehmen wir die Korn. Alles, was man kann? Ich war nur, da Mal, wo der Korn ist. Und damit wird das Korn. Dann nehmen wir die Korn. Dann nehmen wir mal mit, Und damit damit wir jetzt noch zu. Die Korn, den Korn. Wunderbar, aber die müssen wirklich hochstehen, damit man das... Oh, und jetzt wird's geil, mit blauen Sternen. Ein Träumchen. Ein Träumchen in blau. Wir lieben blau. Boah, schön. Wunderschön! 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 Wunderschön, die war mein Favorit. Richtig, richtig toll! Wenn ihr irgendwelche Frauen beeintritten wollt, kauft Diensten Partikel. Ja, wunderbar. Sie werden euch und den Panzer so romantisch, rammontisch. Goldfunken für Goldlöcke, rammontisch. Geil. Sehr schön. Geil. 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 Geil.